Hallo und seid gegrüßt in Terraria. Ich bin wieder da. Und zwar habe ich jetzt immer noch das Problem mit meinem Karte aufmachen statt mein Inventar. Ich habe einen Streitkolben mit Flamme. Ich habe eine Fackel reingemacht und noch was. Ich habe auf E einen Greifhaken. Ich habe es nicht mehr gewusst. Ein Follower hat es mir gesagt. Danke für den Tipp. Echt geil, oder? Total coole Nummer. Hey, da ist ja der Händler. Hey, Ralf. Jetzt lasst doch den Ralf in Ruhe. Jetzt pass auf. Halt, Moment. Moment. Äh, Geschäft. Zeig mal her. Was hast du? Oh, 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 oh. Genau. Das ist mir später erst eingefallen. Ich brauche ja das Fliegennetz. Nehme ich her mit. Jetzt kann ich mir die Glühwärmchen einverleiben. Die Sichel brauche ich. Erlaubt das Sammeln von Ruhe. Moment. Moment. Ich muss Geld holen. Bleib mal da. Ja. Wo habe ich denn meinen Kopf? Ja. Geh mal nicht weg. Ne, 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 ne. Okay. Halt. Na ja, sehr nett. Die Sichel kaufe ich mir auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und irgendwas war mit dem Schwein. Ich habe einen Fuzel. Bumm. Ja, endlich. Soll ich zwei kaufen? Habe ich noch Gold? No, ich habe nicht genügend Geld. Was ist das? Windrad. Kann platziert werden. Ja, will ich auch. Ich will alles. Ich will alles. Yes. Das Schweinchen ist cool. Kann platziert werden. Kann zur Lagerung deiner Items verwendet werden. Nur du kannst auf gelagerte Items zugreifen. Aber ich glaube, ich kann das jetzt überall hinstellen, wenn ich ein zweites mitnehme, oder? Oder? Also ich stelle hier ein Schwein hin und nehme ein Schwein mit. Dann kann ich irgendwie im Untergrund hinstellen und dort kann ich dann auf die Items zugreifen, oder? Ist das richtig? Gib mir jetzt halt zwei Schuss Schweine. Ich probiere das. Okay. Falls ich es nicht brauche, Ralf, dann gebe ich dir wieder eins zurück. Vielleicht möchte er da bleiben, oder? Kann ja sein. Auf jeden Fall. Und jetzt? Wie geht das? Ich habe... Was habe ich jetzt gefangen? Ah, da ist er ja. Marienkäfer. 17% Köderkraft. Verbrauchbar. Material. Yo, cool. Läuft. Schaut mal auf. Ja, da ist... Bist du eifersüchtig? Ist da... Weil der Händler da ist. Ja. Dann... Wie kriege ich den nach oben? Was war das für ein Symbol? Wasser. Hä? Was für ein Problem hat er? Ja, der Wind bläst. Und jetzt stelle ich mal hier ein Schwein hin. Dann will ich das testen. Und zwar mache ich mal den Köscher hier rein. Nö, mir hat zu viel Wert da. Die gelbe Ringelblume. Oder? Ja. Ringelblümsche. Äh, Ringelblümsche. Und das Schwein stelle ich... Ja. Hier. Hier. Nein. Geht nur auf den Tisch. Ja. Ja. Genau. Habe ich doch richtig gewusst. Ja. Geile Scheibe. Oder? Ja, mit dem Schwein. Götterkraft. Gut. Die kann ich wieder hier platzieren. Moment. Ich bin beschäftigt. Ich habe keine Zeit für dich. Pass auf. Komm morgen wieder. Okay. Zieh alleine. Nein. Und immer noch Geschenke? Ist immer noch Weihnachten? Mensch, Weihnachten ist doch ein Blaues. Geil. Das war doch blau. Oder habe ich falsch geguckt? Grün. Ja. Also ich würde es dir nicht raten, auszugehen. Jetzt kommt nur noch die Frage. Was mache ich in das Schwein? Ja, was muss ich hier reinmachen? Schnellstapeln. Schnellstapeln. Ja, ja. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ich bin so blöd. Mann. Der lässt immer alle rein. Wie kann ich das unterbinden? Setz dich hin. Setz dich hin. Da habe ich doch ein blaues Geschenk. Ja, was mache ich mit... Ach so, das verändert sich immer farblich. Das blaue möchte ich. Blau. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Geh weg. Geh weg. Ich mache dich nicht. Du bleibst hier. Na ja, dann... Moment, ich muss ja irgendwie die Funzel anmachen, oder? Warte mal, warte mal, wie geht die? Wie kriege ich das Licht an? Jetzt lass doch mal die Tür zu, oder? Ja, der Alte ist genauso deppert wie der Junge hier. Siehst du, der Junge sitzt am Tisch, sitzt da zu. So, jetzt zum Licht für den Helm. Ah, jo, ich muss noch wechseln. Gut, coole Nummer. Saustark, oder? Ja. Ich habe ja das schöne Teil hier noch. Ja, komm. Okay, funktioniert. Lass uns hochgehen. Ach so. Die Leuchtwurz, die brauche ich irgendwie, gell? Ja, das muss ich alles nachlesen. Erstmal hoch. Gucken, was die anstellen. Ja, genau. Da gehörst du hin. So ist richtig. So ist richtig, Alter. Gleich mal einbauen, oder? Bleibt der Händler da, oder verschwindet der wieder? Was ist die Frage? Gibt's hier? Ja, genau. Dich wollte ich. So, und dich auch. Sehr schön. Was machen meine Bäume? Die Leine. Ja, hab dich. Sehr gut. Läuft doch schon prima, oder? Wir sind ja erst frisch dabei. Gut, das Licht bräuchte ich jetzt gar nicht, oder? Ja, von hinten kommt noch einer. Ja, von hinten kommt noch einer. Was ist das? Moment. Was war das? Jetzt habe ich schon wieder die Karte an. Zieht man alleine. Wasserblatt. Genau das bräuchte ich, glaube ich, für irgendwas. Ich weiß nur noch nicht, für was. Aber wir bekommen das auch noch raus. No, 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 no. Hey. Dann mache ich das da. Ja. Aha. Die wollen mich eingreißen. Ach so, Essen, Essen, Essen. Essen nicht vergessen. Ja, so ist gut. Jetzt wird es kritisch. Achtung. Kritisch, 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 kritisch. Achtung! Zu viele! Oh, ein Stern! Nee, den möchte ich! Ja, so komme ich auch rüber, aber das geht ja ewig. So ist gut. Wenn ich jetzt rausgehe, bin ich gut. So, jetzt komm! Oh, no! Oh, mein Stern ist... Ach so, die Nacht ist vorbei. Scheibe! Ach, jetzt zieh Leine, Mann! Ja, Kaktus könnte ich mitnehmen, oder? Ich muss ein bisschen mehr her... Mehr her! Okay! Aha! Okay! Oh! Die mag ich gar nicht! Was sind das? Oh! Habe ich das richtig gehört? Lass uns mal die Krüge da oben holen noch! Und dann gehen wir runter, da ist eine Behausung! Ja, ja, ich bin da! Ja, ja, ich bin da! Oh! 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 Oh, da kommt einer von oben! Oh! 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 Scheibe! Ich bin der Beste! Ich bin der Beste! Oh! So geht's! Was sind denn das? Wie heißen die? Achtung. Ah, ich kann es nicht lesen. Geht zu schnell. Oh, da steht einer. Wer ist das? Golfer? Ein Golfer? Was macht der da? Ein Boot. Oh, okay. Habe ich was bekommen? Hey Golfi. Moment. Das KKP ausbomben. Hä? What? Und was machst du hier? Oh, Entschuldigung. Geschäft. Ich habe keine Kohle mit. Ein Rasenmäher. Mäht reines und heiliges Gras. Gemähtes Gras. Reduziert die Spornchancen von Feinden. No. Was es alles gibt. Kann ich den hier einbauen irgendwie? Den Rasenmäher brauche ich. Jetzt mache ich schon wieder die Karte. Ne, zu wenig. Ich muss noch ein paar töten. Pass mal auf, du. Ich baue dich mal ein. Der heilige Golfer. Jo, leckst du mich wieder. Sag mal her. Wie mal, das ist falsch. Kann platziert werden. Rechts klicken, um die Richtung zu ändern. Okay. Und was ist? Golftpfeile. Was? Wolf Pfeife. Bring den von dir zuletzt geschlagenen Golfpfeil wieder an seine vorherige Position. Hat er einen Straf von einem Schlag. Golfbecher. Ja, cool, oder? Den Rasenmäher brauche ich unbedingt. Unbedingt brauche ich den Rasenmäher. Vielen Dank. Was ist das? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hallo. Das war so ein Mistkäfer. Der hat mich fast getötet. Oh, oh. Was ist das? Geh runter. Kannst du gucken. Neues Gebiet. Der ist echt ätzend, der kleine Scheißer. Ameisen. Bla, bla. Maus. Kann das sein? Ich vergesse immer, dass ich die... Oh. Ah. Aua. Das wäre es fast gewesen. Schaut mal mein Leben an. Was kann ich noch essen? Bewegungstempo plus vier ist auch gut, oder? Kann ich nur eine fallen? Ja, kann nur eine. Was ist das? Ebenholzhelm. Das habe ich. Okay. Wasser statt Luft. Nachtsicht. Jetzt sind wir ja wieder voll. Ich muss die Maus töten, oder? Hey Maus. Pass mal auf. Ich muss dich töten. Tut mir leid. Aber das geht so nicht. Jetzt habe ich eine zweite an der Backe. Okay. Geht ja noch. Okay. Okay, okay. Halb so wild. Was ist das? Das geht so schnell nicht. Ameisen. Löwen. Läufer. Ameisen, Löwen, Läufer. Oder? Der Kaktus sticht. Mann. Das ist gefährlich. Das ist ja saumäßig gefährlich hier. Ich glaube, ich müsste ein bisschen aufpassen. Ja. Dann habe ich dich los. Moment. Kommen die hoch? No. Wenn ich runterfalle, ist es dabei. Sicher. Okay, das geht auch. Aber da hat es noch mehr. Seht ihr? Ja, fuck jetzt richtig. Ja, geil. Ja, geil. Ich muss auf Nummer sicher. Okay, so weit, so gut. Wäre ich runtergefallen? Nö. Okay, dann. Jetzt. Was ist das? Sandblock. Handstand, Sandblock. Okay. Okay. Jetzt habe ich es richtig gelesen. Cool. Das mit dem... Ah, die Karte. Sorry, Leute. Echt. Ich bin da selber. Nerd wie Sau. Sandstein, Sandblock. Wo ist der? Hallo? Hallo? Nö. Schlem. Sandblock. Da. Okay, das geht wieder extra. Kriege ich den kaputt? Aber die Musik ist so leise, oder? So geht es auch noch gut oder? Ist doch ok. Bei mir ist es eher leise. Sagt mir Bescheid wenn es euch zu laut ist. Hallo? Also da trifle ich ja nichts. Was soll das? Müssen wir alle aus? Da war doch irgendwo eine Tür. Ich habe doch die Tür gehört. Ne? Au, 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 au. Scheibe. Oh ne. Ich bin der Beste echt. Ja, so geht es halt nicht. Jetzt habe ich mal ein ganzes Gold verloren, oder? Habe ich auch Items verloren? Ah ja, jetzt geht es schon los. Ich muss umbauen. Ich muss anbauen. Ich brauche ein Lagerhaus. Das ist das nächste was ich machen muss. Sauwetter. Da haben wir auch. Ich habe keinen Platz mehr. Mann. Scheibe. Oh Gott, was kommt jetzt? Ich muss doch mal ein Zack holen, oder? Was ist das? Wüstenfacke kann platziert werden. Also lass mal. Ah ja, oh ja. Okay. Die, die können jetzt mal diese Töner hingemacht werden. Komm, kriegst du oben eine? Ne? Ne. Boah, der Sound, oder? Ja gut. Schnell verfahren. So, jetzt ja. Dann, Mana. Mana, Stern, Kristall. Ja. Sehr gut. Wie viel kann man machen? Zwo, vier. Ich mach mal. Äh, maximale Mana. Zwo, vier, sechs. Okay. Ja, was sind das? Na komm. Acht. Zehn. Oh, das war jetzt aber eine teure Sache. Jetzt habe ich auch richtig reingepackt. Nee, jetzt habe ich mal eine gute Stimme. Jetzt habe ich es versaut. Na gut, das Geld ist jetzt schon weit gepackt, ne? Da brauche ich gar nicht mehr gehen, oder? Also da brauche ich nicht mehr gehen. Ist das jetzt nur Regenwetter, oder? Ah nein, das war ja kein Zug wieder. Hallo Froschi. Ach, den hätte ich fangen können, oder? Das war jetzt blöd. Moment, Moment, Moment. Ich hole mal meinen Köcher. Mach schon auf. Ja, da ist er. Siehste? Ja, kommt schon. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. So, ab zu den Fröschen. Und der Wurm, den kriege ich dann auch mit dem Köcher, oder? Ja. Ja, ich mache halt immer, sorry, aber ich mache halt immer die Karte auf. Bögel kann ich auch fangen, ne? Hasen aber nicht. Doch, ich kann Hasen. Verbrauchbar? Ja, natürlich. Ja, nein, du aber nicht. Die kann ich nicht fangen. Aber da ist doch alles weggepackt, oder? Ey, ich habe noch einen Stern, alles klar. Yo. Doot. Doot. Ach, da kommt mir einer hinterher, oder? Komm schon. Oh, da liegt nur einer. Die alle. So, ist richtig. Das Problem ist ja, ich habe es ja aufgemacht. Dass die blöden Ameisen, Schweuchtrecken, Gedöns, oder wie sie auch heißen, hochgekommen sind. Ja, da sagt er ja. Dann lasst uns mal zurückgehen in die Höhle des Löwen. Achtung, Platz da. Ja. Doot. So, wir sind doch schon wieder in der Nähe. Sieht doch ganz gut aus. Da, 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 da. So. Das wird nicht mein letztes Mal sein, dass ich hier gestorben bin. Da bin ich mehr hundert pro sicher. Ah, mein, jetzt habe ich doch tatsächlich, war ich so intelligent und habe meine Kohle zu Hause gelassen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, so geht es doch viel besser, Mensch, das hätte ich ja vorhin auch machen können. Ja, ich bin ein Schnarchi, oder? Ja, ihr seht, so kann es gehen, ne, voll verpeilt der Typ, jetzt habe ich keine Erde dabei, aber was soll's, Entschuldigung, oder? Ich nehme Holz, was ist das da? Ameisenlöwe, yo, man, cool, na dann, lasst uns wieder aufmachen, ne, da geht nichts, das ist zu klein, ne, ja, das geht nicht. Hä, die schießt, ah, er schießt, genau da, Löwe, habe ich ganz vergessen, dann schießen wir zurück, würde ich mal sagen, ne, oh, mit den teuren Pfeilen. Ja, voll, mach mal wieder die Karte an, schön für dich, da geht nichts, das ist so blöd, da schickst du nichts durch, ein Scherz, oder? Ja, er will auch. Hopp, Liebjeli. Okay, das ist keine Kutzunft. So ist es richtig. Wenn ich den Sunshine wegmache, dann trifft er mich, oder? Egal. Wir treffen ihn auch. Nimmt er überhaupt ab? Ja, er nimmt ab. Jetzt, passt auf, mache ich wieder mal die Karte, ne, weil ich schon lange nicht mehr, und hier muss ich einen Cut machen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaut nächstes Mal wieder rein, wenn wir tiefer reingehen in die Höhle des Sandsteinlöwen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, was macht denn der schon wieder? Tschüss. Tschüss.